Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute mal ein etwas kürzeres Infovideo, allerdings geht es jetzt in diesem Infovideo mehr oder weniger um das Thema der Betrug nach dem Betrug nach dem Betrug. Ihr kennt ja die ganzen Trading-Abzocker, die wir hier immer wieder auf dem Kanal haben. Das ist ja leider ein Thema, das irgendwie kein Ende nehmen will und, naja, sich tatsächlich zieht wie ein Kaugummi. Die Trading-Betrüger, die rufen immer weiter an und immer mehr. Dazu bedarf es eigentlich nur einer kleinen Webseite, wo ihr eure Daten einmal eingetragen habt, manchmal auch bei einem Gewinnspiel und schon klingelt das Telefon. Im letzten Infovideo hatte ich ja hier die Seiten gezeigt, wo man sich besser nicht anmelden sollte, wie die so aussehen, ja und wo dann eben genau so ein Trading-Betrug bei rauskommt und sich danach ziemlich unseriöse Firmen dann bei euch melden. Wurde man erst einmal betrogen, dann ist man leider ein leichtes Ziel für diese Kriminellen aus dem Internet, die man selten wieder losführt. Das Problem ist, Opfer versuchen sich dann, also wenn das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen ist, auch wieder übers Internet zu schützen. Und da fängt der Betrug gleich wieder von vorne an. Es gibt verschiedene Webseiten, die damit werben, dass man sich, ja, vor dem Betrug eben oder dass man das Geld wieder zurückholen kann, wie zum Beispiel auf dieser Webseite, die wir hier gerade geöffnet haben. Da heißt es schon in der Überschrift, wurden Sie von Forex Broker betrogen? Ja, und da fängt es schon an. Wurden Sie von Forex Broker betrogen? Naja, von einem Forex Broker betrogen wäre, glaube ich, grammatikalisch richtiger, aber gut, da will ich jetzt nicht drüber meckern. Es gibt viele Webseiten, wo komische Texte stehen, allerdings ist das schon wieder so ein Hinweis dafür. Sie können Ihr Geld zurückbekommen. Alleine diese Aussage, Sie können Ihr Geld zurückbekommen. Also gelogener geht es nicht. Wer einmal im Ausland mit Bitcoin oder über andere Zahlungsmöglichkeiten, also Kryptowährungen, sein Geld, ja, übertragen hat, der ist das Geld in der Regel auch los und wird es nie wiedersehen. Selbst dann, wenn die Firmen hochgenommen werden. Denn, naja, selbst wenn so eine Firma hochgenommen wurde, heißt es noch lange nicht, dass man irgendwie eine Chance hat, an sein Geld wieder zurückzubekommen. Die Chancen sind etwa bei vielleicht 1%, wenn es sehr, sehr hoch kommt. Und ich glaube, da braucht man sich nicht drauf verlassen. Und alleine diese Aussage hier, diese ersten beiden Zeilen auf der Webseite sagen schon, dass es nichts mehr als Betrug sein kann. Weiter heißt es hier auf der Webseite, dass, naja, dieser tolle Anbieter hier darauf spezialisiert ist, die Gelder aus dem, ja, Internet, beim Online-Betrug. Wenn man da Gelder, ja, verloren hat, dass man die von denen zurückerstattet bekommt, falls man eben Opfer von irgendeinem Betrugsunternehmen geworden ist. Ja, man kann es vielleicht schon auf, oder an dem Aufbau dieser Webseite hier erkennen. Seriös geht anders. Das hier ist definitiv keine seriöse Seite. Man braucht sich dazu die Seite eigentlich nur mal genau anschauen. Wenn wir hier weiter runter schauen, das ist genauso wieder aufgebaut wie die typischen Trading-Abzockseiten. Hier steht irgendwas Schönes mit lauter Bildchen, dass man angeblich 30 bis 90 Days lösen, also was auch immer. Ich denke mal, zwischen 30 und 90 Tage soll das Problem gelöst werden. Dann steht hier kostenlose Beratung. Hier steht auch was mit Bar bezahlt. Ich weiß es nicht, was die damit genau wollen. 840 Fälle erfolgreich. Ich denke nicht. Die Firma holt euch kein Geld zurück. Und selbst wenn irgendeine Firma es geben sollte, die sich mit sowas beschäftigt, wird die keine Werbung damit machen, wie viel Gelder insgesamt schon zurückgezogen wurden. Oder zurückgeholt wurden. Wie viel Gelder man eben gerettet hat. Warum sollten die euch das erzählen? Ich glaube, das fällt auch vielleicht unter Datenschutz. Ich weiß es nicht. Und selbst wenn, sieht das nicht besonders seriös aus. Die Website ist einfach nur wieder hübsch bunt, clicky bunt sozusagen. Und dann steht hier wieder, dass sich die Firma angeblich damit befasst. Und dass die sich nur damit auseinandersetzen, solche Online-Handelsplattformen, die euch betrogen haben, zu verfolgen und von denen das Geld zurückzuholen. Was das Quatsch ist. Das sollte, glaube ich, jedem bewusst sein. Was hier auf der Webseite auch wieder auffällt, sind halt die komischen Schreibfehler oder wie es auch immer geschrieben ist. Ja, leider wiederholte sich der Betrug von Online-Handel mehrmals im Verlauf. Und nun? Kommt da nicht was? Immer mehr Menschen wurden Opfer von diesen Art Investitionen. Ja, ich weiß es nicht, was die damit erreichen wollen. Das Problem ist, es gibt halt auch wieder Leute, die genau hier rauf reinfallen. Die sind nicht mehr allein. Natürlich sind wir nicht allein. Die Betrüger, die rufen wieder an. Und naja, gut, hier kann man sich ja selbst eintragen. Das ist ja das Furchtbare an der ganzen Geschichte. Sie können ihr Geld zurückbekommen. Denkt man sich erstmal, Mensch, toll, da kann man was machen. Dann kann man nicht. Sobald man denn sich jetzt hier unten wieder anmeldet, dieser tolle Button, der hier übrigens überall auf der Webseite wieder hinterlegt wurde, ja so in der Mitte und ganz oben klickt man drauf, wird man nur runtergeschoben, ja was auch auffällt. Die Webseite hat gar keine weiteren Informationen, keine Navigation, kein überhaupt nichts. Man soll hier einfach nur wieder Vorname, Nachname oder vollständiger Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Land und einen Zahlungsbetrag eingeben. Es gibt ja scheinbar tatsächlich Leute, die über 100.000 Dollar da irgendwo mal eingezahlt haben. Einfach nur widerlich. Ja, und dann soll man hier noch ein bisschen was dazu reinschreiben und dann wird man hier wieder angerufen. Und dann kann man auf Ich-möchte eine Beratung oder eine Gratis-Beratung. Und ich wette mit euch, wenn die hier anrufen, dann werden die definitiv keine Gratis-Beratung geben, sondern 1000% für irgendetwas wieder Geld bekommen wollen. Jetzt geht's hier noch weiter. Hier steht halt eben auch ganz, ganz viel Wir sind die Besten da draußen. Also ganz ehrlich, welche Firma schreibt als Überschrift Wir sind die Besten da draußen? Das hört sich doch ultra seriös an. Oder? Jetzt kommt aber das perfide und ekelhafte an der ganzen Geschichte. Hier sieht man jede Menge Bewertungen. Die Bewertungen, die sind, weiß ich nicht, ob die echt sind, ob man die sich ausgedacht hat. Naja, das Problem ist, man könnte denken, dass die echt sind. Und wenn wir jetzt hier mal draufklicken auf Trustpilot und kommen auf diese Webseite, hm, komisch, eine ganz andere Firma. Es ist zwar der gleiche Firmenname von Action Refound oder was auch immer, aber wenn man sich mal die Webseite hier genau anschaut, hier gibt's auch eine Art Impressum. Hier steht aber noch Consulting and Strategy noch da drunter. Tja, weiß ich nicht. Das hat hier auf jeden Fall nichts mit dem von Trustpilot zu tun. Auf Trustpilot haben wir hier sicherlich eine echte Firma, die da einfach nur verlinkt wurde. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und, naja, hier hat man noch viele Unternehmen, Unternehmenslogo-Unternehmen, von denen wir Geld erhalten haben. Da taucht zum Beispiel Alvexo auf. Alvexo ist so ein, naja, halb legales Unternehmen tatsächlich. Die sind legal angemeldet. Das Problem ist bei denen, naja, die rufen halt einfach trotzdem an und wollen eure Kohle und spielen dann einfach mit eurem Geld, bis es weg ist. Mehr kann ich dazu bei Alvexo leider auch nicht sagen. Die Telefonnummern, die hier hinterlegt sind, die hab ich euch mal rausgenommen, für den Fall, dass die Telefonnummern irgendwann doch mal echt sein sollten. Muss man ja auch mal aufpassen mit dem Datenschutz und so. Ich will nicht irgendwann ein Video wieder rückwirkend löschen müssen. Die Telefonnummern, ich hab die hier geprüft. Die Telefonnummern gehen halt einfach schlichtweg nicht. Und an dieser Adresse finden wir die Firma, die hier angegeben ist, auch nicht. Ein wirkliches Impressum gibt es gar nicht. Das sollen hier unten ein Impressum darstellen und wäre das auch eine legale Webseite, dann wäre das auch okay, so ein kleines, popeliges Pups-Impressum da unten hinzuposten. Naja, aber da fehlen ja die ganzen anderen Sachen, die man so in so ein Impressum eben reinschreiben muss. Und, tja, weiß ich nicht. Dafür, dass die hier auch die ganze Zeit überall hinschreiben, kostenlose Beratung, steht hier unten schon wieder Visa, Master, Discover, American Express und so weiter, bla bla. Hier, SL-Securityed ist nichts anderes als HTTPS oben in der Adresszeile. Nichts Besonderes, braucht man keine Werbung mitmachen. Und mehr gibt es auf dieser Webseite hier tatsächlich auch nicht. Also die haben keine sinnvollen, ernstzunehmenden Informationen. Das Problem ist, es wird Betrugsopfer geben, die schon mal was eingezahlt haben, vielleicht sogar mehrmals und melden sich dann hier bei dieser Webseite an. Und dann zahlt man nochmal Geld ein, um es wieder loszuwerden. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem kleinen Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfall fällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Doch es gibt sie, die Opfer. Leider. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben für mich da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, dann bekommst du auch immer eine kleine Information. Wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne jetzt noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist von unserem Kanal an. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.